Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK auf dem Storm Ragnarok. Heute mit dabei Shadow. Hallo. Und der Platt. Hallo. So, wir haben euch versprochen, wir werden den Golem nochmal besser machen. Das wird unser Versuch hier. Also wir haben eigentlich nichts anderes als das letzte Mal dabei. Hau ab. Warum immer hier? Warum bist du bei Wasser immer so zuneigerisch? Also wir haben eigentlich nichts anderes dabei als das letzte Mal. Ich habe jetzt noch eine Pump-Action dabei. Wo mir eigentlich gerade auffällt. Da hätte ich auch noch einen Flashlight drauf machen können. Hättest du ja. Hätte ich. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Gut, wir haben halt wieder ein paar Suppen dabei. Ich habe von allem etwas mitgenommen. Und mehrere Flaksets zum Wechseln. Weil wenn die Spucker da einmal ankommen, dann sind die Rüstungen schnell kaputt. Dann würde ich sagen, lass mich einfach vorlaufen und hier bleibt ein kleines Stück hinter mir und machen einfach ein bisschen Licht. Ja, das ist hier vorne auf jeden Fall. Ja, hinter euch müsst ihr dann selbst auch passen. Also ich kann nämlich nicht nach hinten gucken und vorne gucken. Bin ich jetzt schon in der Höhle? Weil es hat eigentlich gar nicht geruckelt. Ich mache mal bei mir OBS aus. Ich brauche das ja nicht mehr. Äh, gerade nicht, ne. Und? Ein paar Frames mehr. Ja. Ach, das hat gar nicht geruckelt gerade. Warum ruckelt das nicht? Ja. Warte, 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 stoppt. Warte, 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 stoppt. Ach guck mal, die kommen ja jetzt schon. Äh! Ach, vielleicht soll ich mal was zu reinhauen, ne? Und wir haben halt, ah ja, Zucken, genau. Und wir haben halt noch jeder was auf der Schulter, aber ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Ah, wenn die dich angreifen vielleicht schon? Doch, das eine oder andere. Ach, du musst immer wieder das Flashlight anmachen, das ist so doof. Echt, das ist ja scheiße. Und hier der Unterschied zwischen Ego Perspektive und Third Person. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, das ist schon krass. Wobei bei mir ist es ja trotzdem hell. Das ist nur bei dir so. Oder halt bei einem selber so. Weil bei mir ist es jetzt hell. Egal ob du in Third Person oder in Third Person. Nur das eigene Licht ist dann voll kacke. Achtung, Spinne von hinten, Shadow, Spinne von hinten. Aber ich habe ja noch so einen schönen Helm. Nehme ich mal den noch. Achtung, von hinten. Das blendet ein bisschen. Die Morpho dann blendet. Boss is available. Schön. Oh, das blendet voll auf der Waffe, ne? Der Helm. Ein bisschen schneller laufen, bitte. Weil ich Spinnebeben habe. Und ich bin vergibte. Oh, hier ist grell, ne? Ja. Wo das Spiel jetzt ist, ist schon grell. Ich habe keinen Gamma an. Ich habe noch Gamma 4 an. Ne, ich hatte keinen Gamma an. Ich habe Gamma 4 an. Weil du blind bist. Na und? Ich bin auch älter. Na und? Ich bin auch älter. So, hier haben wir den T-Rex wieder. Wer hat sich nicht verändert. Warum nicht? Verdauen die den nicht? Können wir mal nicht machen. Na klar, bitteschön. Mein Kill. Oh, eine 140er Schlange. Ich würde die Munition jetzt nicht verballern. Ja, Schuhe brauchen. Ja, Schuhe brauchen. Ganz gut. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf da. Noch jetzt. Äh, geradeaus? Ja, ich würde, ich weiß gar nicht, die Lootgrades, die hier sind, die würde ich gar nicht holen. Der ist sogar gar nicht da. Da ist gar keiner. Ja, die sind auch nicht immer an der gleichen Stelle. Du kannst jetzt nämlich hier auch geradeaus noch durch und dann... Hast du hier vorne links, ne? Ja, da gibt's auch noch was. Aber wie gesagt, ganz ehrlich. Wollt ihr die da jetzt raushoppen? Ah! Ja. Gut, perfekt. 145, ist klar. Von oben, Achtung, von oben kommen sie runtergesprungen. Ähm. Gut, die Betäubung geht runter. Wie sieht die Rüstung aus? Ha! Angekratzt, sehr schön. Ja, da können wir die doch nicht mehr rausholen, oder? Ihr könnt... Doch! Die kam doch eben gerade auch raus. Ihr könnt ja mal reinschießen, dass die ein bisschen näher kommen. Mist gebaut. Von da hinten kommt was. Achtung, Achtung, Shadow. Von hinten, von dem kleinen Gang da. Wahrscheinlich. Kommen die nicht? Die kommen nicht. Ich hab gerade reingeguckt, also... Da, von da kommen wir nicht. Aber die hängen fest. Da könnte ich gleich eine Granate reinwerfen. Ich hab schon wieder spinnen wegen... Also hier, hier ist nix mehr. Sterbt! Wir gehen wir jetzt zu Fuß weiter? Äh... Ja, wir müssen ja zu Fuß weiter gehen. Da oben hängen rein, da oben hängen rein. Ja, genau. Okay, gut. Ja, die ist schon da. Hab mich schon ge... Äh, hier ist doch noch irgendwas. Äh... Ich hör doch einer. Oh, hat einer eine Pike dabei? Ja. Okay. Okay. Ich hör doch hier irgendwas. In der Wand drinnen. Na gut. Ähm... Moment noch kurz. Einmal... Soll ich da hinten mal was reinwerfen? Boah, das blendet voll. Gib mal ein Stück zurück. Okay. Na, geh nochmal ein ganzes Stück zurück. Aber ich seh leider keine Schadensmeldung. Hast du was getroffen? Okay, der war auch nix. Ne, der war auch nix. Ich hab ja nur mal reingeworken, um zu gucken, ja? Ja, irgendwo in der Wand ist hier wieder so ein Ding. Ja, ja, wahrscheinlich. Äh, wo gehst du denn lang? Hier. Bei den grünen Kristallen. Ach da. Ich hab aber eine Peitsche dabei, soll ich das wegmachen? Mach mal. Komm, peitsch mal. Yeah. Hey, funktioniert voll gut. Auer. Ne, wie mein ich mich, wie ich mich selbst... Äh... Heißen. Aber wenn du daraus stehst, okay. Das ist das Ding, dass ich das Trigger der Welt auch... Aber so muss man, wenn ich den nachher ran und da und hier so platten Bodenplatten drin und deswegen äh, Peitsche. Ja. Funktioniert voll geil. Also wenn ich irgendwie farm gehe mit der Peitsche, dann sammle ich irgendwie alles auf. Aber nur nicht das, was ich will. Da bin ich auch grad. Ich muss ja jetzt mal einmal meine Metall lernen. Ja, aber nicht drop all. Mal. Ja, wer will da runter? Soll ich unterwegs auch? Ja, mach mal... Mach mal hier so... Dann mach... Dann mach mir mal Licht. Bang, boom, bang. So da runter. Schmeiß mal so ne Granate. Jetzt seh ich nur nix. Sind da Gegner? Glaub nicht. Oh, ein Kristall. Da ist zum Beispiel ne Bodenplatte, siehste? Und da... Zwei Stücke. Ja. Gut. Aua! Äh, ich hab die nicht ausgelöst. Ich bin... Wie er sich dunklt. Alter. Versuch mal mit der Peitsche auf so ein Ding draufzuschießen. Äh, drauf, drauf, ob das... Ne, okay. Vielleicht weil ich drüber gesprungen bin? Ne, drüber springen kannst du normalerweise. Habt ihr hier auch so ein Symbol? Guck mal, ich hab hier ein Symbol. Achso, okay, weil ich da jetzt... Ah, ja, okay. Was für ein Symbol? So ein Aberntesymbol. Wenn ich hier direkt vorm Kristall stehe, unter dem Haussymbol. Achso, ja, so ein Nicht-Abernten. Ja, dass ich ein Werkzeug brauchte für, ja. Au! Au! Was war das denn jetzt? Au! Was soll denn die Scheiße? Hör doch auf damit! Der schießt immer noch. Gehen. Klar, musst du das. Au! Hinlegen, hinlegen. Das bringt was? Ja. Ich glaube, also ich wurde nicht drauf mit. Kann ich aber die Peitsche nicht mehr nehmen. Ja. Steh auf und mach die Dinger weiter weg. Als Ordnung. Als Ordnung. Ja, das ist natürlich sinnvoll, wenn du es vor dich schmeißt. Ja, du wirst das mit der Peitsche alles wieder aufheben. Super, sagt er, dass ich daher gehe. Ich kann auch daher gehen. Boah, ich habe gerade irgendwas gehört. Ich kann auch einfach durchkriegen. Was hält die davon? Was ist hier? Ja. Ja, irgendwas ist hier. Irgendwas ist im Busch. Ja, toll, jetzt ist meine Peitsche kaputt. Ja, cool. Wir haben natürlich eine mit. Ich da. Oh, hier sind ja nochmal Druckplatten. Achtung. Wo? Die Treppen runter? Hier. Bei mir. Direkt vor mir. Achso, du bist. Ja, ja. Ja. Ey, die Treppen runter sind keine. Rüstung. Okay. Ja, BOMM. Aber ich denke mal, wenn man die, wenn man die Waffen anmalt. Aua. Wenn man die Waffen anmalt, dann blendet das wahrscheinlich nicht mehr so. Ich habe einen Schatz angemalt. Blende ist es bei dir? Äh, ne. Gut, dann werde ich das einfach mal noch machen. Wollen wir doch mal eben schwarze Farbe machen. Ja, ich bin betäubt. Warum? Wahrscheinlich, weil ich vorhin eine Spinne getroffen habe oder sowas. Das kann sein, ja. Jetzt dürfte mal vorgehen. Weil ich habe gleich nichts mehr. Ja. Ja, ich sehe gar nichts. Ja, gut. Ist nichts mehr. Ja, hier unten kannst du jetzt... Da ist ein Spucker. Ah, perfekt. Da fliegt eine Lava. Sehr schön. Jetzt habe ich... Jetzt kann ich auch Granaten nennen. Wenn ich muss. Muss aber nicht. Ja, können wir erstmal ein Stückchen weiter, ne? Ah, hier sind... Merkt euch die Stelle hier, dass ihr hier wieder da durchkommt, gell? Weil, ähm... Rückweg. Ja. Achtung, Leder Maus. Ja. Ähm... Kann die wer anlocken? Ja, warte. 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 Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Oh, du... Wo bist du? Fliegt mir ab. Fliegt mir ab. Da oben. Da oben fliegt er. Jetzt kommt er... Fliegt er rückwärts. Landet hinten. Krasser Typ. Ja. Das ist I kill you. Okay. Ja, schieß auf dein eigenem Ding. Mir wurscht. Na, wie die auch nicht gehen. Äh, ruf den zurück, ruf den zurück, der will, der will der Leiche nach. Der will, der fliegt in die Ding. Dann lassen sie doch sterben. Ich hab sie. Und zack, tot. Ich bin doch wurscht. Ach du mal, die ist mir scheißegal. Ja, schön. Na klar trifft die mich. Mann, die hat einen Mega-Aim. Guck mal, da ist ein gelber Loot-Drop. Äh. Würde nur sagen, bis es weg ist. Was denn? Achso, ja, jetzt. Hast du die Spinnen... Ach, ich hatte noch Spinnenweben, oder? Ja. Äh. Ich nehme lieber eine Captain Hook. Ja, siehste, da ist nämlich jetzt schon... Meine erste Rüstung ist im Popo. Warte mal, ich muss auch mal kurz gucken. Äh, ne, der ist noch gut. Wo ist der Loot? Da drüben. Wer geht darüber? Ich geh schon. Ich kann auch gehen. Ne, lass mal Perno, weil... Achso. Mein Loot! Achso, Loot meinte ich. Ich dachte über die Loot ist. Ja, also es ist ein meisterhafter Petri-Sattel, aber Gewicht und so, ne? Und halt eine meisterhafte. Ansonsten, lass drin. Nimm nicht raus, lass ihn einfach drin. Dann kann man zu los auf dem Rückweg vielleicht nochmal... Ja, aber meisterhafter Petri-Sattel, brauchen wir Petris noch unbedingt. Ihr wisst aber, dass wir beim Golem nochmal 3 Route-Loots bekommen und nochmal den Golem selbst, ne? Ja, also ich würde sagen, wir droppen das hier, weil wir... Ja. Brauchen wir noch einen Petri-Sattel, einen guten. Und ich glaube, wir haben auch einen roten Blueprint. Ich weiß raus. Kann ich hier nochmal rüber gehen? Ja, ne? Ach du Kacke, ich hatte das... Krippenguck. Ah, wollen wir mal wieder essen. Okay, die kommen jetzt irgendwie... Die wollen zu mir. Die wollen zu mir. Hast du keine Suppe? Oh, die Suppe ist raus. Guck mal. Oh, ich hab keine Suppe mehr. Guck, dass du das sagst. Machen wir doch mal an, ne? Ja. So, wie komm ich jetzt da rüber? Ich bin drüben. Hast du das jetzt gemacht? Ich hab mich hier oben hier dran gecrabbelt und dann, äh... Hergezogen. Kacke, ich hasse... Nein. Ah, toll, jetzt ist da drüben aber nur ein gelber Loot. Da oben ist ein roter. Aber guck mal, ne, links ist nix. Dann ist vielleicht unten im Wasser noch ein roter. Das kann sein, oder? Ein gelber. Gut, ich hab jetzt Kaktussuppe. Ich geh mal in den roten da oben rein. Ja, ich bleib mal hier. Ja, bleib du mal da. Boah, zum Glück. Ey, ich hasse die Gummischen-Kleppen-Ups. Also, unten im Wasser ist keiner. Oh Gott. Ja, geil. Angespannt. Also, ein Blueprint für C4 und ein Blueprint für ein kleines Metall-Tor. Ich dropp das einfach mal. Ja, dropp Spiders raus. Vielleicht haben wir Glück und ist das gleich wieder da. Hier unten ist noch ein gelber Loot drin. In dem Wasser hier links ist ein gelber Loot drin. Ah, okay. Okay, ich komm hin. Äh, wie viele Grappling-Hooks hast du mit? Ich hab 40. Jetzt halt nur noch, äh... Ja doch, 40. Einer war noch drin. Ich brauche nicht so viele. Ja, pustet mich. Ja, ich hab das falsch berechnet. Ja, ja. So, da muss ich runter. Und... Köp A. Was war drin? Äh... Also ein Blueprint für... Geselle Stoffhut. Lila. Wow. Das war alles? Ja. Das war alles. Sollen wir dann mal da rüber zu dem anderen gelben Loot-Crator? Ja. Ich komm mal hier hoch. Hier... Kann man die... Für die Procuber? Geht das? Hier kann man rüber laufen. Aber Achtung da vorne ist, äh... Ist das eine Lücke? Äh... Ja, jetzt gehen wir uns. Okay, okay. Was denn? Problem ist, hier vorne kommen jetzt halt Fledermäusen, ne? Nee, ich geh lieber so. Wir haben alle super an, ja? Ja. Also hier ist noch ein gelber... Hier hinten ist noch ein gelber. So wie es hier leuchtet, ist hier hinten noch ein gelber auf jeden Fall. Der ist bei den anderen jetzt gerade. Ich bin jetzt bei dem rechten. Okay. Und irgendwas faucht. Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Oh, das ist jetzt hier so ein roter Pferdesattel. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, lassen drehen, weil wenn wir dann nämlich hinterher, wenn wir auf dem Rückweg sind, doch noch Platz haben, aus welchen Gründen auch immer, dann können wir's mitnehmen. Na gut, aber wir brauchen die Pferde jetzt auch nicht unbedingt, ne? Ist der fertig? Zum Fahren muss man mitnehmen, aber... Der ist fertig, ja. Der gibt... Der ist fertig. Ach, weg damit, oder? Das ist gut, okay. Mal rauskommen. Also irgendwas faucht mich hier an. Ich seh nicht, dass... Da, ne Schlange, ne Schlange faucht mich da an. Ja. So, jetzt... Ja. Und dann müssen wir eh da hoch. Also würde ich sagen, jetzt hier rechts lenke vorbei. Und dann rüber grabbeln. Äh? Okay, guckt eure Suppe an. Also meine läuft noch. Meine... Meine auch. Ich hab grad nochmal genommen. Gut, ich hab die anderen nochmal genommen. Äh, dann lass uns einfach rüber grabbeln jetzt. Okay, die Spinnen sind aggro. Warum auch immer. Haha, die sind alle erbaut. Also da vorne ist halt eine Fledermaus, ne? Warte mal, ich komm mal zu dir. Bei dem... Bei dem Loot ist eine Fledermaus. Guck mal, nicht da von da oben dran? Äh, dann lass uns da hoch grabbeln zu den Kristallen, oder? Mhm. Und hieraus können wir die sogar, wenn sie einschießen. Oder kommen die alle dann? Dann kommen die alle. Lass... Lass das erstmal da, wir gehen weiter, oder? Ja, ja. So, und grabbelt euch am liebsten hier über... über die Lava drüber. Das stimmt. Gibt es wieder hier so ein... ein Drama. Boah, ist das... Das ist aber auch... Irgendwie schon, gell? Ja. Selda? Ja, ich hätte gleich mal was runterwerfen, bevor wir runtergehen. Äh, warte. Ja, hau mal von hier was runter. Ja, dann geh du da weg. Nein, komm ein Stück weit davor, ich seh hier noch nix. Okay, bis jetzt sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen, ne? Ja. Ja, fuck, hätte ich nicht gesagt. Ja, was soll das? Ich hab auf Holz geklopft. Auf deinem Bein? Auf deinem Kopf. Oh, da seh ich doch Schaden zu sagen. Wir hatten zwei gestorben. Ja, zwei, auch nix. Zwei. Fliedermäuse. Das war's doch schon, oder? Ja, auch nicht. Ja, sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Ah, ah, ah. Bam! Aua, Spucker. Ne, ne, Schlange, ne? Ja. Langsam werden sie mit dem Level knackig hier. Er ist aber auch fies, fies mit dem Ding. Warte mal, ich muss mal hier... Scheiße, jetzt kommt das zu wegen rüberkrabbeln wieder, ne? Ja, bin immer gespannt, ob ich wieder sterb hier, hey. Also ich hab mich an den Metallklumpen immer obendran gegangen. Ich wollte nämlich auch grad an den Metallklumpen, weil irgendwas macht hier noch. Ich bin drüben. Da ist noch ne Schlange. Ich bin drüben. Ja, ich hab Angst. Ach, ach, ne Schlange war hier noch. Ich brauch Angst, weil ich hab so viel geile Scheiße bei mir. Komm, lass mich vor, wenn ich sterb, dann ist es nicht zu sterben. Einmal. Fuck, 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 ich komm hier nicht, ich komm hier nicht hoch. Ich werde jetzt hier sterben. Ähm, was ist mit Leertaste? Geht nicht. Ich werde jetzt hier sterben. Kannst du, kann ne Penuh dich nicht, äh, mit nem Köppenhook anschießen? Ja, stimmt. Äh. Lebst du noch? Was war das? Ich hab grad ganz schön Herzklopfen gekriegt. Ich bin ein paar Minuten weit weg, ich hing nur noch an dir. Dann hab ich mich an die Kante gecrappelt. Ooooooh. Ja, bei dem geht's natürlich, gell? Ich hab aber den Klumpen hier genommen, ne? Ja, ja, ich will auch als nächstes den Klumpen nehmen. Ich hab den hier genommen. Ah, du wachst. Weiter, weiter. Ja. Puh. Ich hab, ich hab Schüsse los. Ja. Eigentlich weniger wegen nem Golem oder sowas, einfach nur wegen der Lava, gell? Ja, das ist eigentlich nur wegen der Lava hier. Dieser, dieser, so ein unnötiger Tod, weißt du? Perno, geh du mal bitte vor, mach die, ähm, Kristalle weg. Und geh kurz in den Gang ein bisschen rein, damit genug Platz ist für uns, damit keiner von uns irgendwie runterfallen kann oder sowas. Kann mir einer rüberleuchten, ne? Ähm, ja, Moment. Ich brauch hier drüben dann auch nochmal Graveling Hooks von dir. Ich hab aber nur noch 35. Du benutzt ja gar keine. Genauso viel wie hier. Äh, ne, ich hab nur noch 8. Du hast ja weniger mit. Ich hatte 20 mit. Selber schuld. Bist du drin? Ich bin drin, ja. Ja. Habt ihr Licht? Ach, das ist schön. Aber jetzt eigentlich am besten dann gleich mal Graveling Hooks reinmachen und dann da hochgrabbeln, oder? Hm, ja. Zu den Kristallen, ne? Äh, nicht die Kristalle wegschieben. Nein. Bereit? Komm rein, oder? Warte, ich hab noch gedroppt. So. Ähm, du kannst aufstehen, Shadow. Ich stehe. Achso, okay. Bin ich so klein. Deck mal schon, ne? Komm, rein jetzt hier. Ah, ich bin oben, ich bin oben. Erstmal die, die Stirnfriede wegmachen. Oh. Ja. Aber ich mach mal ein bisschen nicht. Wo bin ich doch jemand nah dran, damit er, damit er aufwacht, gell? Ja, klar, das ist dein Ding. Okay. Wieso, du brauchst ihn doch nur anschießen, oder nicht? Musst du den nur anschießen? Ich meine, das reicht, wenn du ihn anschießt. Ja, nicht mit dir. Ja. Oh ja, es reicht. Okay. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, der kann hier auch hochwerten. Ja, hat er gerade fast. Ähm, das heißt, wenn der, wenn der so ein Stein in der Hand hat, müsst ihr bitte weggehen, dass der euch nicht mehr sieht. So, und dann sollten wir jetzt mal aufteilen, dass einer die Mitte nimmt, einer links, einer rechts. Ich bleib hier hinten. Dann geh ich links. Dann mach ich rechts. Du machst Mitte. Wollt ihr erst beide schießen und nicht mal euch Licht hier? Äh, ich glaub, wir brauchen da kein Licht, oder? Wo ist denn der überhaupt? Das frage ich mich auch gerade. Ach, der hat sich da wieder, der hat sich da wieder verbarrikadiert. Die Sau. Oh, ich hatte grad voll die Bugs hier. Auf die Kante aufpassen, ne? Ja. Ich hab'n Raketenschuss überlebt. Zwei Treffer waren schonmal. Wow. Wow. Ah, ich, okay, der hat 62.000 Hitpoints. Ganz. Also, ich konnte ihn jetzt, äh, mit nem Fernglas angucken. Ach, fuck, ich muss ja erstmal nachladen. Ich glaub, so schissene Rakete zu zünden, ne? Ja, ja, ich hüpfe mal. So, jetzt hat er einen Stein geworfen. Ah, ich muss ja nachladen, Mensch. Ja. Kann's eigentlich, sobald du geschossen hast, vielleicht nochmal drücken. Ja, 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 ja. Ah, diesmal wird das was. Äh, schmeißt er grade? Ja, hat geschmissen, ne? Weiß ich nicht. Hat er grad geschmissen. Ah, sehr schön. Das wird doch was. Jetzt schmeißt er. Er schmeißt. Daneben. Er schmeißt. Uh, das war knapp. Oh, der hätte mich aber voll erwischt, du. Meister? Ja, okay. Hat geschmissen, ne? Ich guck mal, wie viele Hitpoints der hat. Oh, er hat noch 27.000. Der hat übrigens 713 Gewicht. Er hat 4 Level auf Gewicht bekommen. Und 7 Level auf Leben. Hat er geschnissen? Weiß ich nicht. Hat er? Sieht's aus, ja, sieht's aus. Er schmeißt. Also, irgendwie hält ein Raketenwerfer viel mehr aus. Also, 10 Schuss ist ein bisschen... Ich glaub, der schafft 20 Schuss. Schmeißt der? Ja, er hat geschmissen grad. Oh, ich hab bei jedem Schuss so Schiss, ey. Ich auch. Achtung, er schmeißt. Der müsste jetzt ja Ball down sein, oder? Ja, fast. Ja, er ist tot. Ist du tot? Okay, dann walte deines Amtes. Gib mir das ganze Zeug. Gib mir das ganze Zeug. Was denn? Mach dich leer. Du musst das gut rausholen. Wenn da jede Menge Settel oder sowas drin sind, dann wirst du ganz schnell voll. So, warte. Ich muss mir noch die Grab nicht mehr rauszuholen. Ich nehm so viel ich tragen kann. Bei uns Artefakt ist wichtig. Na, ich nehm einfach alles auf. Die Loots... Du darfst den Golem aber nicht gleich alles auf einmal looten. Sonst sind die Loots ringsrum weg. Okay, dann nehm ich jetzt erst die Loots, oder was? Äh, Shadow, Shadow, komm mal bitte her und nehm mal aus der Tasche den Rest noch raus. Wir haben den Golem geschafft. Yeah. Jetzt mal wo ich den Golem genommen hab, waren die Loots ringsrum weg. Oh, das ist aber gefährlich. Scheiße, bin ich natürlich extrem langsam. Also ich kann jetzt nix mehr nehmen. Ist nicht schlimm, ich nehm dir ja wieder was ab dann. Ich will aber gerne in die Loots reingucken, wenn ich darf. Nicht, nicht rausnehmen, nicht rausnehmen. Ja, okay, dann nehm das. So, ich muss jetzt zu dem Golem. Lass mal die Fabricated, äh... Lass die mal drinnen, nicht dass der Golem despawnt. Okay. Nee. Ich würd vielleicht von oben. Letztes Mal war er hier an der Kante. Oh, da oben glaub ich auch gut, gell. Da oben läuft jetzt auch rot. Na toll. Und das lassen wir hier. Soll ich irgendwie da an der Wand dran grabben und dann irgendwie versuchen runterzugehen. Letzt Mal war er hier näher an der Wand. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Achso, du bist jetzt zu schwer. Nee, das sieht gut aus. Wo hast du dich dran gegrabbelt? Ja, perfekt. Oben an der Decke. Okay. So, jetzt zieh ich mich hoch und komm zu euch. Hast du alles raus? Ich hab alles raus, ja. So, jetzt guck ich mal, was da drin war. Also, wir haben einen Bronto-Plattform-Sattel in lila. Dann haben wir einen Blueprint für eine überragende Armbrust. Einen gelben Patchy-Sattel. Ein lila Atemgerät. Dann, oh, wir haben jetzt einen besseren Gilly-Kopf mit 101,3 Armor. Blueprint. Dann, oh, das hier wird dir gefallen. Siehst du das? Moment. Oh ja, geil. War das ein Blueprint? Ne, ne? Ne, das war was fertig ist und ich kann es nicht tragen. Echt? Ja, ich kann dir gleich wieder was abnehmen. So, dann haben wir eine gelbe Taucherbrille. Ein Blueprint für Pelzmütze. Dann blauer Kompositbau. Ja, da geht wo was. Dann haben wir, das war aus den Loots, Loots. Oh! Also ein Blueprint für einen lilanen Giganoto-Sattel. Ein rotes Swatch-Schild. Leider kein Blueprint. Das haben wir aber schon Blueprint für. Ah, echt? Okay. Das ist so etwas, was 3000 Perlen kostet, 3000 Kristall. Oh, okay. Ansonsten jetzt nichts erwähnenswertes. Die Sättel, würde ich sagen, droppen wir. Okay, dann, ähm... Ich kann auch was tragen. Ja, klar hat er noch so viel Zeug von mir. Hast du einen roten Loot schon gelootet eigentlich? Ich habe sonst alle Loots gelootet. Weil drüben ist ein rot noch. Hier war ein roter. Und ich meine, hier müssen mindestens drei rote Loot-Crates sein. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei habe ich leergeräumt. Da war einmal drinne... Okay. Ich glaube, ich möchte dir noch was geben. Ja, warte mal. Da war ein Megalodon-Sattel drinne, ein roter, mit 113 Rüstung. Dann war eine Pelzjacke drinne, auch rot. Dann war ein Flak-Handschuh drinne, in rot. Ein Blueprint für eine überragende Schrotflinte. Und das war's. Hier, komm mal her, da ist eine Munition von dir drin. Ähm... Oh ja, Shadow, kannst du... Wenn du noch was tragen kannst, komm mal bitte her. Grapplinghooks wolltest du auch noch? Und ich brauche Grapplinghooks, ja. Ich habe nur noch eine. Okay, jetzt kann ich nämlich auch wieder rennen und alles gut. So, Shadow, du bekommst das hier. Kann ich nicht tragen. Ja, das reicht. Das war's von mir, kann ich nicht sagen. Ja, dann bleibts halt hier, ne? Ich hab's. Das kann ich jetzt auch noch nehmen. Okay. Ich hab mit deinen ganzen Flak und weiß ich was alles. Ich nehme hier lieber einen Grapplinghook. Ja, ich auch. Da bin ich jetzt mal verreckt. Ein gebranntes Kind und so weiter. Ja. Die Pistole hast du ja schon gesehen, gell? Dann nehme ich die mit ihm auch noch mit raus. Okay, dann ab nach Hause. Jetzt muss man nur noch alles wieder rauskriegen. Ja, und nicht sterben dabei vor allem. Ach genau, wir müssen den Weg ja wieder zurück. Ja. Oh, ich hab keine Kaktussuppe mehr, Leute. Die hab ich hier. Komm mal her. Ich kann die noch geben. Ich hab hier noch. Nee, nicht hier oben. Macht das am besten. Nicht hier oben. Macht das am besten, wenn dann da, wo das Artefakt jetzt ist. Wir kommen mal da wieder runter. Irgendwer hat auch noch die Suppen von mir. Die hab ich alle von dir. Achso, die... Nee, ich wahrscheinlich, oder? Nee, ich hab auch welche von ihm. Klar, wir kommen mal da hinten runter. Wenn ich jetzt hier einfach nur unten reingrabble, müsste doch gehen, oder? Gib mir einfach mal ein paar Suppen. Oder wollen wir das beim Artefakt machen? Äh, machen wir unten bei Artefakt. Ja. Ja. So, wer ist das Versuchskaninchen? Ich mach schon. Ooooooh! Wo hast du dich jetzt reingegraben? Oh mein Gott, hier an den Stein trinken. Ja. Ooooooh! Warum hab ich jetzt schon wieder das gleiche Problem, verdammt? Oh, nicht sterben, nicht sterben. Oh, ein Glück. Das ist doch noch. Das sind Suppen, guck mal. Ja. Alter, die Kaktus-Suppen, hast du die? Nee, die hab ich nicht. Hier. Die hab ich nicht. Also, ich hab noch sieben. Ah, hier. Der Top 10. Ah, sehr schön. So, gleich mal wieder voll Klumpen hier. Alles klar, jetzt kann ich ja auch wieder schneller hin. Oh, nochmal darüber. Oh, das ist, das ist, glaub ich, einfacher. Ja. Der kann sich ja höher angrabbeln. Ich nutze die bei einem, ja. Okay. Oh, hier leuchtet was rot. Ja, hier leuchtet was rot. Aber ich weiß nicht, ob das immer hier rot leuchtet, so nach dem Motto, oh hier ist der Eingang. Also, ich glaub das ist so, ja. Jetzt können wir zum Beispiel den gelben Loot versuchen noch zu holen. Aha, nee, komm. Komm. Lass gut sein. Okay. Vielleicht ist da was Gutes drin. Ja, aber vielleicht sollten wir auch einfach das Gute, was wir haben, in Sicherheit bringen. Vor allem die Artefakte. Und? Ja, vor allem die Artefakte. Wir haben nur eins davon. Nee, zwei. Nee, ich meine, wir haben nur eins in der Base. Ach so. So, ich grabbel mich jetzt da rüber. Müssen wir überhaupt her? Ja. Wir müssen eigentlich gerade durch. Genau, ja. Boah ey. Wie weit das immer runter geht. Ach der Dunkelbiene. Immer denke ich das ist eine Spinne. Vorne sind neue Fledermäuse. Ja. Was ist los? Ja, guck mal nach oben. Scheiße. Ja. Boah. Oh, scheiße. Wo bist du, wo bist du? Ach da. Oh, scheiße. Wo, wo, wo? Hier. Ich hab ein Kackstück in der Hose. Ja, vor allem drüben ist ein Fledermäuse. Ja, was machst du da? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich hab einfach geschossen. Geh mal bitte kurz zurück. Mach mal. Ich würd die Fledermäuse einfach anschießen. Ja. Also so viel Munition haben wir glaube ich, oder? So, die kommen. Wenn nicht, ich hab halt ne Pappgang. Shadow, die gehen auf dich. Ich merk's. Wo geht's denn du hin, Shadow? Komm mal zu uns. Ich hab, ich hab versucht abzuhauen. Ja, das geht doch nicht. Nachladen. Okay. Ist kaputt. Shadow, du bist in Sicherheit. Ach, der ist ja schon drüben. Ach nee. Ich mach das so, wie ich hergekommen bin. Boah, da bin ich aber ganz schön nach unten gekommen gerade. Und, wie sieht's aus? Kommst du rüber, Plan? Ja. Sehr schön. So, jetzt muss das wieder rauskämpfen hier. Ich muss jetzt grad warten, ich bin irgendwie verseucht oder weiß ich was. Äh, brauchst du Stimulant? Ne. Toll. Ja toll, ich hab mich mit Tollwut infiziert. Oh fuck. Ja. Ich auch jetzt. Dankeschön. Hab ich doch gerade, ich hab Tollwut. Dann pass auf, geht mal kurz alle ein bisschen weiter weg. Das muss einfach nur runter heilen. Das muss gegenseitig immer wieder anstecken. Ja. Okay. Dann ess ich mal was. Heidränke hab ich ja dabei. Ich hab gesagt, dass ich da so nen Totensteel hab. Boah. Das ist ja richtig feuchter Husten. Igitt. Das hätten wir das nächste Mal noch mitnehmen sollen dann. Tollwutspray? Äh, Anti-Axis-Axis-Axis. Aber wir haben überlebt bis jetzt, ja? Ey, sag ruhig. Gute, jetzt kommt wenigstens kein Lava mehr. Jetzt kommen nur noch Trieger und Munition haben wir jetzt noch en masse, also. Ja, eigentlich, vor allem ich hab noch mehr als vorher. Du hast mir mehr gestorbt, als ich mit hatte. Ja, ja, ja. 37 Sekunden bei mir noch. Bei mir sind's 30. Bei mir sind's 33. Ich bin mit 900 Schuss rein. Und habe jetzt fast 1200. Ich hab 1200. Super. Läuft bei mir. Ja. Ja, aber man muss raus damit. Raus damit. Einfach raus damit. So, ich hab noch 13 Sekunden. 11. 5 Sekunden. Okay, bei mir ist's weg. Können wir gerne tun. Ja, weg. Ja, okay. Und hier ist der Eingang. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Ja, ja. Da könnte jetzt was sein, ne? Oh, ich bin ja. Wie bei Predator oder was? Das ist mir egal. Boah. Okay, hier ist sauber. Aber da oben wahrscheinlich wieder nicht. Ja, ich wusste es. Hier ist nur eine. Och, das Vieh hat mich angespuckt. Aber das Ding ist tot da oben. Schmeiß doch mal da so eine Granate hoch. Ja, und dann kommt es wieder runter. Ja, dann hauen wir halt ab. Idiots, play game. Okay, warte. Was soll ich machen? Probier halt. Na komm, jetzt hast du ein Stück. Jetzt hast du ihn weg. Los. Boah. Ja, du hast sie jetzt zu lange in der Hand gehabt, oder? Ja. Ja. Jetzt schmeiß. Ja, siehste. Halt aber noch mehr. So, ich hab gar keine Rüstung mehr an. Warte. Ja, und irgendwer hat meine Rüstung. Hat irgendwer noch Rüstung für mich? Ja, ich hab von dir noch Rüstung. Ja, wir haben noch. Warte mal, wir müssen erstmal hier die Feinde weghaben. Aber ich würd sagen, wir machen das vielleicht mal oben, oder? Hier ist ein Spucker irgendwo. Fuck. Wahrscheinlich eine Wand. Warte mal da. Perno, komm mal her. Komm mit zu mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn ich dir die sehen werde. Ich hab's nicht. Ich hab ihm schon gegeben. Okay. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Aber ich muss das mal Heitring nehmen. Ich muss das Heitring nehmen. Also ich zieh mich erstmal um. Ja, hinten beim Zylakuleow, glaub ich. Ja, der Spucker ist oben. Okay, dann klären wir uns jetzt hoch, ne? Würde nicht. Kann einer leuchten? Da war noch Depp hier. Zeug. Ja, wenn ihr dabei gleichzeitig versucht, das zu machen, dann... Moment. Der ist down. Ich glaub ich dir den Plan, du kannst... ...danach gehen. Wo hast du dich jetzt reingegrabbelt? An die Kante, oder? Ne, oben dran. An die Decke. Äh, ja. Stirb doch, stirb doch, stirb doch. Warte kurz Skorpion, ich muss nachladen. Warte mal kurz. Ja, na, ähm. Fair play, oder? Ah, super. Okay, ein bisschen oben. Hier ist frei. Hier ist alles gut. Ne, hier ist nicht alles gut. Ich hör doch was. Na ja, lass weiter gehen, oder? Das bin ich. Ich geh jetzt um. Ich geh raus nach. Hast du gefurzt, ja? Da wollte ich nie rein. Okay. Noch sind wir nicht draußen. Ich komm wieder, keine Frage. Äh. Weg da. Da ist ja noch eine. Da ist ein Dilo. Der, der hier. Will halt auch mal hier rein. Ja, das ist natürlich jetzt easy going, ne? Jetzt sind wir draußen. Wir haben's geschafft. Wir haben's echt geschafft, ey. Was ein Scheiß. Das war ja voll easy, äh. Pff. Pff. Mein Gott, ey. Guck mal, ich hab, ich hab sogar noch eine Rakete übrig. Das weiß ich aber auch nicht, ey. Ich hab schon noch zwei Raketen übrig. Ich hab fünf, äh, sechs. Ja, voll billig, das ey. Das ist jetzt große Fresse wieder. Da sind sie auch noch ganz, äh, sind sie auch noch ein bisschen heile. Gut, die Folge ging auch ein bisschen länger wieder. Aber dafür haben wir was geschafft diesmal. Ja. Bring uns mal nach Hause. Ah, Shadow, du nicht. Du bleibst hier. Ja. Hedgepedge. Grindr! Erstmal den ganzen Loot in Grinder rein. Ja, gut. Einen Frosch-Sattel brauchen wir nicht. Eine Pistole brauchen wir nicht. Äh, klar. Pack mal bitte alles, was du hast, äh, hier rein. Was? Alles, was du hast, hier rein. Ach so, auch das, was ich da jetzt in Grinder rein hab? Nee, alles. Alles, einfach alles. Dein komplettes Inventar. Nee, nee, das mach ich nicht. Ich schon. So. Der Rest ist von mir. Weil dann können wir nämlich sortieren. Meine auch. Weg mit dir. So, ich mach mal die Geely-Rüstung wieder in den Rüstungsschrank rein. Ja, mach ruhig. Dann kommen wir die beim nächsten Mal. Ja. Da hast du einiges zusammengekommen. Meine Rüstungssrank war noch ziemlich gut, hä? Ja, ich hab ÖC verloren. Gut, da würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo, eine Bewertung, ein Kommentar, ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch gerne auch die Glocke. und guckt bei den anderen beiden vorbei. Die sind in meiner Schreibung verlinkt. Und wenn ihr Bock habt, wieder sowas zu sehen, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.